es wird portugal oder england irgendwann kommen die frage ist nun wie sehr werden wir gefakt wir werden ordentlich gefakt okay wir werden gar nicht gefakt wir werden gar nicht gefakt wir werden gar nicht gefakt ja gut diese diese augenblick wo ich realisiere es wird ein stürmer so und es kann nicht Bernardo silber sein es kann auch ein halter sein das ist jetzt okay oh mein oh mein gott oh mein gott oh ja gibt doch rot alter oh mein gott habt ihr das gesehen oblak nimmt den ball auf irgendein cpu im hintergrund fällt runter und er gibt einen elfer warum immer gegen michi warum ich habe noch nie in meinem leben so einen elfer gekriegt ich habe noch nie in meinem leben so einen aber muss auch mal sein rückpass zum torhüter also wenn es der mit oder der der prime gewesen wäre wenn der prime kühlt auf die bank was dich auf oh mein gott schau dir das tor an schau dir das tor an also ein klarer elfer also ein klarer elfer gibt es nicht meiner meinung nach ja nee da brauchen wir nach kein war digger das war ein klarer elfer sorry also bitte putt dabei die fische jungs habt ihr das nicht gesehen wie der jetzt mich umgebamstert aber dieses spiel ist so blöd man das ist so blöd das ist so blöd wie kann ich den ball nicht haben wie kann ich diesen ball nicht haben alter das geht ja noch telefonieren junge ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Der macht ihn so rein Der Eusebio wird mich töten, der tötet seinen eigenen Kontrolleur Der macht ihn so rein Der macht ihn so rein Oh my god 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 Neymar, Mbappé meine ich, Mbappé, 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 Alter, what's happening, always here, it is only here in your mind, if you can see it in your mind, you can hold it in your hand, my friends, that's the NGU spirit, yes! Guck mal, was ist das, Mann? What? Was war das? Egal, komm, nächster Angriff, Cristiano, Cristiano, okay, jetzt, oh, what, what? Ich wollte gerade sagen, jetzt will ich zu viel, der fliegt einfach auch rein, ja, da würde ich auch Pause anmelden. Komm, Drenus, was war da, komm, jetzt die Kone, pass auf, komm, jetzt, komm jetzt die Kone. Uh, Walkout, Walk it like a toolkit, weiß, ey, ich höre weiß, das war weiß, Digga, ey, weiß, halt am Maul. Oh, und, eh. Ikone auf Ansage, Digga, haha, ikone auf Auslage, haha, ikone auf Ansage, Digga, ikone Gattuso gezogen, Digga. What the fuck is this breaking, Digga? Digga, bitte, bitte, clip diese, alledre, clip alleDrei, und schick's die FIFA Deutschland. ich bin der allerechte ich bin der allerechte armin ja was ist denn der so los macht er so ein ausfallschritt perfekt digga so schnell kann das spiel gedreht werden ich habe schon verloren so wisst ihr was ich meine ich habe schon verloren so war es eine ikone war es eine ikone das war eine ikone oh mein gott war es nicht oh mein gott ich dachte bastian schweinsteiger was ist denn das wie hält denn der den im kung fu schritt oder was das geht gar nicht da schießt den in den kung fu schritt ein ist nicht zum körper gehen wer quatsch du musst nicht ins leere tor treffen wer quatsch von daik du sparst aber 96 in was denn für mich ist das offiziell ball gespielt 100 prozent sogar weil das linke bein kann es nicht sein das guckt nach hinten raus schade gegen wen spielt dortmund als nächstes in der liga ist das jetzt schon bayern ok dann glaube ich müsste man den kaufen nachdem die gegen bayern gespielt haben weil die werden ja voll auf die fresse kriegen ja ja ja